Ehrlich, Pony, wie kannst du bei so einem Lärm überhaupt schlafen? Ich find das beruhigend. Wenn überhaupt schlafe ich besser, seit sie angefangen hat. Marty könnte jedes Instrument der Welt spielen. Aber warum die Tuba? Die klingt wie ein Wal, der mir ein Wiegenlied singt. Das macht mich total verrückt. Ich muss schlafen. Vielleicht ist es im Mums und Dads Zimmer leiser. Das soll aufhören! Bisschen leiser da unten! Warum ist es lauter? Spielt sie noch lauter? Ähm, ja. Sie spielt jetzt lauter. Böse, Marty! Es reicht! Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss was unternehmen. Ich geh zu ihr runter. Kommst du mit? Nö, ich glaub, ich bleib einfach noch ein bisschen hier. Annie, was führt dich denn runter zu mir? Die da! Ist sie nicht wunderschön? Ich wollte immer schon eine... Ich kann nicht schlafen, weil du so laut bist! Ich bin also zu laut. Ja! Ich? Ja! Ich! Willst du mir vielleicht was Bestimmtes sagen? Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, wenn man die Wohnung unter ihm hat? Oh. Fertig! Und in Rekordzeit! Acht Stunden! Wenn ich dafür sorge, dass Pony leise ist, dann hörst du auf, abends Tuba zu spielen? Wenn du das hinbekommst, sicher. Abgemacht ist abgemacht. Wir sind leise, du wirst schon sehen. Ich meine hören, ich meine nicht hören. Ähm, wir werden leise sein, versprochen! Marti und ich haben was abgemacht. Sie ist leise, wenn du leise bist. Gar kein Problem. Ich gehe auf Zehenspitzen, wie ein Ninja. So hörst du dich immer an. Was? Nein! Das war auf Zehenspitzen. Das ist normales Gehen. Ninja! Normal! Ninja! Normal! Annie? Annie? Annie! Ja? Hoffentlich hast du aufgepasst. Also ja oder nein? Ich hab aufgepasst und die Antwort ist... Ja? Toll! Damit haben wir dann also unsere neue Gangaufsicht. Gut gemacht! Okay, Leute, Zeit für den Computerraum. Heute ist Videospieltag! Nicht für dich, Annie. Du hast Gänge zu beaufsichtigen. Okay. Das muss einfach funktionieren. Ich muss dafür sorgen, dass Marti mit dem Lärm aufhört und ich schlafen kann. Und was bringt es auf dem Boden zu schlafen? Die sind für deine Hufe. Die Kissen sollen sie dämpfen, damit Marti dich beim Laufen nicht hören kann. Versuch's mal! Es funktioniert! Toll! Du hast recht. Meine Hufe sind superleise. Annie? Gangaufsicht! Annie! Also, ja oder nein? Äh... Ja? Also sind sie im Gang gerannt. Danke, dass du die schwere Entscheidung getroffen hast. Gangaufsicht. Alle zum Nachsitzen! Gut gemacht, Annie. Ja, gut gemacht, Annie. Ich weiß nicht mal, wie man rennt. Ah! Hier, vielleicht hilft's, wenn du die anhast. Oh, das muss funktionieren. Es muss einfach... Ich weiß ja nicht, was das bringen soll. Ich kann das nicht mehr aushalten. Es zerstört... ...mein Leben!